Es ist wie gewohnt eine besondere Location, wenn Wolfi Lunzer vom Degler Hair Art Team zum Shooting lädt, dann geht es um Styling in den verschiedensten Bereichen und so setzt er diesmal die Modelle gekonnt im Straßenbahnmuseum in Innsbruck in Szene. Vorab gilt es die neuen Friseur-Stylings zu verewigen, das erfolgreiche Team von Degler Hair Art, das derzeit mit seinem Salon am Leipziger Platz in Innsbruck, mit dem Barbershop in Block 7 in Innsbruck und dem Salon in Erwald unterwegs ist, bekommt demnächst mit einem neuen Salon Zuwachs. Unter der Devise Degler Exklusiv in der Arnigstraße wird das Degler Hair Art Team einmal mehr gekonnt die Haare richtig in Szene setzen. In Szene gesetzt wurden die Modelle dann auch beim Fotoshooting in den alten Garnituren der Straßenbahnen. Unter der Prämisse Ankunft und Abfahrt zeigen dann die Modelle unter der Regie von Wolfi einen perfekten Auftritt in perfektem Styling. Informationen zum Degler Hair Art Team von Werner Degler und Wolfgang Luntzer gibt es im Internet auf degler.at. Untertitelung des ZDF für funk, 2017